Ja, Hallöchen, ich bin hier im Fünf-Sterne-Hotel Andreas, in einem der schönsten Wellness-Hotels Südtirols. Steffi, unsere Behandlerin, zeigt uns gerade, was wir hier Schönes haben, Musik zum Aussuchen. Hier haben wir ja verschiedene Kanäle, richtig? Genau, das heißt wirklich für jeden Geschmack was dabei. Super, das heißt, der Gast kann einfach wählen, du musst da nicht lange mit CDs kontieren, sondern kannst einfach hier drauf drücken. Sehr schön, und du hast auch die Möglichkeit, hier in den Rollladen runterzulassen, richtig? Ja, hat man auch die Möglichkeit, auf Wunsch des Gastes natürlich. Okay, und auch das Licht zu dimmen? Licht auch zu regulieren, wie es der Gast am liebsten möchte. Super, und wenn der Gast dann möchte, kann er danach auch gleich noch duschen, richtig? Genau. Ja, klasse, wie ist das für dich in so einem schönen Hotel zu arbeiten, Steffi? Also wirklich super, für uns ist das natürlich auch Luxus pur von den Geräten und vom Arbeitsmaterial. Und ich glaube, wir vermitteln das auch sehr gut in den Gästen, dass wir hier wirklich einen wunderschönen Arbeitsplatz haben. Ja, ein absoluter Traumarbeitsplatz. Ich komme hier viel rum in viele, viele, viele Hotels und die meisten sind im Keller unten. Ja. Und ihr habt hier wirklich alle Tageslicht. Das ist schon was wert. Ja, super, klasse, vielen Dank. Viel Spaß weiterhin, Steffi. Gut, danke. Danke. Vielen Dank.